Wette, sterbe ich gleich wieder? Und ich habe es nur aus dem ME System rausgenommen, ne? Und da hat sich irgendwas mit irgendwas verbunden. Hier, radioaktiv. Hält noch zwei Stunden. Wo ist denn? Das ist natürlich falsch. Das bricht für Ewigkeiten, bis ich dieses Ding habe, egal. Weil ich bin ja schon dabei, auch Ketzen hätte ich stehen. Ja. Ich brauche noch viele davon. Das ist extra eher, weil meine Ganten... Na, sterbe ich wieder, sterbe ich wieder, sterbe ich wieder. Ich sterbe gleich wieder. Will jemand wetten? Nö. Das ganze Zeug hat aus dem ME System rausgenommen, oder? Mit meinen Gem. Na, radioaktiv tot! Uuuu. Hat mir nur ein paar Herzen abgezogen. Hat sie gerade Steam-Body gemeldet? Ne, warum? Also hat sie es angehört? Ähm, guck mal meine Herzen an. Und ich war voll. ich hab's nicht jetzt ja das hilft eh nicht ja ich jetzt jeden alchemy rumgammel da sterbe bestimmt 10.000 mal wieder kommen wir ab in den radioaktiven kisten normalerweise wollten wir das ja auch eigentlich soweit fertig kriegen am letzten mal haben wir uns jetzt 20 herzen kleben beim sterben ja dadurch sterbe ich sowieso andauernd hier meine rüstung hätte ich super da hilft auch keine rüstung ich glaube da gibt es sogar einen anzug für oder? ich meine jetzt generell gibt es ja auch einen anzug ne gibt es keinen radioaktiven anzug beim mindchamp wenn es beim mod keinen gibt dann hilft der auch nicht so kacke sowas ja überhaupt ich war voll mit allen herzen ne und ich hatte nur noch drei herzen übrig also meinst du das was für eine power ist? ja das zerfetzt dir alle gedanken weg 1,2,3,4,5,6,7,8,9 jetzt brauch ich noch n da n du sagst das n wo? n ich hab nur n gesagt du holzkopf was? du sagst das dumm n 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 d n 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 das ist das geile dass die dinge auch geschildert hier stehen so nächste kürzlich sollte es soweit sich mal mehr öffnen ja es gibt ein gelben harz container super mehr zettel ich brauche mit zettel habe ich hier habe ich doch große zettel aktiviert sechs blöcke reingeschmissen ein bisschen nachkommt er kommt gleich bedrock musst du auch erstellen ja ich mache jetzt immer eins am anderen ja mach mal diese scheiße durch bin was ich brauche oder ich brauche hier in der chemie bucket mit fiebron apropos wenn man eine last protection ja drauf hat und müsste ich ja die andere ebene wo wir jetzt noch brauchen auch ganz gut durchkommende eigentlich schon mit meinem protection drauf das eigentlich auch aber einfach mache ich hier die ebene kurz so dass sein das durch weg das das andere noch jetzt habe ich drei herzen juhu jetzt kann das daneben brauche ich nicht scheiße was war das jetzt für eine flasche also wieder rein ok cool davon eins dann nehme ich aber das hier das heißt so nämlich das das was ich bekommen hab und steckt das noch rein nee das was ich bekommen hab da so schild 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 schwert schwert ok 37 minuten oder was haben wir jetzt hatten wir nicht mal so ein maßband oder gelbe farbe als wir meinen bei euch also nicht mal zaungleiser machen wenn ich runter geh aber das nervt ach hi gegner hi creeper hi zombie kommt doch mal von ein richtung jetzt die idioten wo kommt ihr denn her fliegen mistfiecher haben wir nicht haben wir nicht haben wir nicht wo kommt ihr denn her ihr klein scheiße ist das ist es echt zu dunkel hier unten f7 hier unten yellow angel shirt gelbes glas gelb 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 ab die zu gibt das tut mir aber leid besonders wenn die immer und immer und immer und immer wieder kommen das tut mir aber leid das tut dir gar nicht leid, hoff zu lügen äh, nächste Quest ja ey, gleich muss er sowieso abschließen boah, du Zombi, nervt nicht so, da kommt ihr nicht mehr durch alles läscht seine Schuld nee nein zweimal und dreimal ja, hängt ein viel, überhaupt auch ganz seit Hähnchen dein Gesicht ist wirklich so jetzt habt ihr echt lange Weile ja, wieso was jetzt nervig wird was so MGE3 AL2 Silicate3 das ist ein Scheißhaben Kann ich mir den Kopf eingehe, dann zerstören. Schade. Ja, die Läser. Ok, da war noch was. Cobalt. Und Smite und Modifier nochmal rauf. Na leid. Vor allem gleich zwei Updates. Zum Water. Oh, die sterben ja noch schneller jetzt. F-E-A-U. Hi Misty. E-Galium. Ich muss halt nur drauf achten, dass meine Rüstung auch nicht kaputt geht. Das ist ja nichts neues. Dass sie irgendwann boot geht. Mit der Schönen Verzauberung. Boopoot. Oh, ich kann Magnesium. Aber noch passt das ganz gut. Aber schon wieder fünf Nether Cubes. Äh. Bescheuert. Ja. 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 Ja.